Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Chekos Backstube. Wir machen heute einen Apfelkuchen und zwar seht ihr es hier schon, das ist kein normaler Apfelkuchen, denn das ist ein Apfelkuchen mit Pudding, ganzen Äpfeln, Marzipan und Rosinen. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr wie immer nach dem Intro. Wie üblich fangen wir mit dem Teig an. Ich gebe also erstmal etwas Mehl in eine Schüssel, danach noch etwas Zucker, noch etwas Butter. Ich habe hier schön zimmerwarme Butter, ihr seht schon wie die schmiert. Danach schlage ich noch ein Ei hinein und dann kommt alles in die Küchenmaschine. Ich habe hier den K-Haken drin für den Kuchenteig. Schalte diese ein und lasse es gut verkneten, bis es schön gleichmäßig ist. Wenn es dann fertig ist, schaut der Teig ungefähr so aus. Ich nehme jetzt mal hier noch eine Springform, 28 cm, schmiere die gut mit Butter ein, gebe dann noch ein paar Semmelbrüssel oben drauf, damit sich der Kuchen auch später schön löst. Nehme dann den Teig, gebe den einfach oben auf die Schüssel drauf und drücke den dann platt. Ich nehme hier also einfach meine Finger und drücke den Teig immer etwas breiter. Der ist etwas klebrig, also kann es sein, wenn ihr den etwas ausgebreitet habt, damit ihr eure Finger nass machen müsst. Ihr haltet die dann einfach um das Wasser, dann schmiert ihr es nicht mehr so und ihr könnt den Teig wieder breit drücken. Es kann hier ruhig sein, dass ihr die Finger ein paar Mal nass machen müsst. Wenn der Teig an der Fläche schön ausgebreitet ist, drückt er ihn noch etwas am Rand hoch. Ich gehe hier wieder mit der Handfläche hinein und schiebe den dann etwas zu den Rand hoch, damit er wirklich so dreiviertel hoch kommt, sage ich mal. Das schaut dann am Ende so aus. Ich nehme jetzt hier noch ein paar gemahlene Haselnüsse, gebe die schön unten drauf, also da könnt ihr schön großzügig sein. Danach mache ich mich auch gleich mal schon an die Äpfel. Ich nehme hier mal den ersten, steche das Kerngehäuse aus und schelle diesen dann ab. Das mache ich mit allen Äpfeln durch, also ich habe hier insgesamt zwölf Stück. Wenn die alle abgeschält sind, schaut das ungefähr so aus. Ich gebe die dann jetzt mal hier in den Kuchen, in die Mitte kommen ungefähr drei und dann lege ich die noch am Rand entlang, damit wirklich schön alle verteilt sind. Ihr könnt ja vorher mal ausprobieren, wie viele Äpfel hier reinbringt, damit nachher auch nicht allzu große Lücken entstehen. Ihr könnt dann schauen, damit ihr schön gleichmäßige habt. Bei mir ist jetzt hier einer übrig geblieben, als wir reingepasst haben, nur elf. Ist jetzt aber nicht weiter tragisch, den esse ich einfach so. Der Kuchen mit dem Teig, unten den Haselnüssen und den Äpfel schaut jetzt erstmal so aus. Wir machen jetzt mal weiter und zwar brauchen wir etwas Pudding. Ich habe hier zwei Packungen im Pudding, die koche ich mal auf. Also zuerst mal gebe ich das Pulver hier in eine Tasse. Dann koche ich den mit einer Packung Sahne auf und den Rest fülle ich mit Milch auf. Bei der Milch schaut ihr, damit ihr ungefähr so 700 Milliliter habt. Dann stelle ich mal die Tasse drauf und da gebt ihr dann ebenfalls nochmal so 200 bis 250 Milliliter hinein. Das Pulver rührt ihr dann mit dem Schneebesen gut auf und den Topf stellt ihr mal auf den Ofen, damit die Milch das Kochen anfängt. Während diese aufheizt, machen wir uns schon mal an die Füllung für den Kuchen. Also da kommt in die Äpfel ja noch was rein. Ich habe hier erstmal etwas Rosinen und etwas Marzipan. Das verknete ich jetzt mal gut, damit das eine schöne gleichmäßige Masse ist. Das gibt dann so einen großen Klumpen, ähnlich wie wenn ich Butter genommen hätte. Diese Masse teile ich dann jetzt auch schon auf die Äpfel auf. Also ich nehme das hier immer so Stückchenweise und verteile das mal schön gut in die Löcher. Die müssen jetzt nicht genammelt voll sein und es muss auch nicht immer alles in die Löcher. Also wenn ihr irgendwo so Spalten zwischen den Äpfeln habt, könnt ihr das auch da rein tun. Einfach schauen, damit es schön gleichmäßig ist, damit nachher, wenn man die Stücke schneidet, jeder etwas davon erwischt. Das Ganze schaut dann ungefähr so aus, wenn es fertig ist. Mittlerweile kocht jetzt dann auch schon die Milch. Da gebe ich dann die Puddingmasse bzw. das aufgelöste Puddingpulver hinein. Und dann rühre ich natürlich in den Topf wirklich schön gut, damit nichts anbrennt und damit das schön eindickt. Das ist ein ganz normaler Pudding, wie das funktioniert, wie es dir ja bestimmt. Wenn das dann auch schön dick ist, dann lasst ihr es noch 1-2 Minuten stehen, damit es ein paar Grad verliert. Wer mag, kann noch etwas Zucker in den Pudding geben. Da habe ich jetzt mal keinen rein, aber normalerweise rührt man den ja noch mit etwas Zucker an. Da steht euch frei, den rein zu tun. Müsst ihr natürlich nicht, da ist genug Zucker drin, finde ich. Die Puddingmasse nehmt ihr jetzt dann und gießt die einfach über den Kuchen. Ihr seht das hier schon, es ist wirklich schön dickflüssig. Das kommt jetzt hier einfach drauf, füllt dann die Lücken auf und geht wirklich schön in die Äpfel rein. Das funktioniert wunderbar. Jetzt kommen noch ein paar Mandeln obendrauf. Ich habe hier so Blattmandeln, also das sind gehobelte Mandeln. Ich nehme hier einfach die Packung und verteile die schön obendrauf. Könnt ihr natürlich gerne schön großzügig sein, Mandeln sind immer gut. Und dann wäre der Kuchen auch schon fertig für den Ofen. Gebacken wird das Ganze bei 180 Grad, Ober- und Unterhitze. Bitte darauf achten, dass der Ofen auch gut vorgeheizt ist. Und dann backt ihr den Kuchen für ungefähr so 45 Minuten. Nach einer halben Stunde, wenn die Mandeln oben schön braun sind, könnt ihr ihn dann noch mit einer Backfolie abdecken. Und so schaut er dann aus, wenn er fertig gebacken ist. Den Kuchen lasst ihr jetzt gut auskühlen. Also lasst ihn erstmal eine Stunde stehen. Dann könnt ihr mal den Rand vorsichtig entfernen. Ich gehe hier einfach mit einem dünnen Messer rein. Das geht ganz gut. Fahr einmal entlang. Das klebt jetzt nicht wirklich besonders viel fest. Außer der Pudding ist an einer Stelle etwas übergelaufen, aber das löst sich auch ganz schön. Und dann könnt ihr die Form gut entnehmen. Also einfach aufmachen und dann abziehen. Da sollte es keine Probleme geben. Dann könnt ihr jetzt nochmal etwas stehen lassen, damit er wirklich ganz auskühlt. Sonst läuft euch das nämlich etwas auseinander. Das ist bei mir noch leicht passiert. Ich war natürlich wieder etwas zu übereifrig, sage ich mal. Vorher könnt ihr den Kuchen natürlich noch auf einen Teller geben. Ich gehe hier mal mit der Teigspachtel einmal unten drum herum. Dann löst er sich etwas. Und ihr seht schon, der rutscht dann hier so herunter. Ihr müsst etwas nachhelfen, denn es ist ein schwerer Kuchen. Aber das ging ganz reibungslos. Jetzt schneiden wir ihn auch gleich mal an. Ich nehme hier mal das Messer und schneide hier mal schön durch die Äpfel, damit ihr auch die Füllung in der Mitte seht. Bitte schauen, dass ihr ein schön scharfes Messer habt. Dann geht das auch wunderbar. Ihr seht schon, ich gehe hier einfach rein. Dann hat sich jetzt hier der Apfel etwas leicht verschoben. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Bei ganzen Äpfeln kann das schon mal passieren. Wenn ihr den Kuchen dann noch etwas in den Kühlschrank stellt, damit er komplett durchgekühlt ist, dann ist er auch ganz fest. Dann passiert das auch nicht mehr so einfach. Dann geht das noch etwas schöner. Und so schaut der Kuchen jetzt dann erstmal aus. Ihr seht es hier schon, es ist noch etwas leicht runtergelaufen. Zum Vergleich, hier mal noch ein ausgekühltes Stück. Da läuft gar nichts mehr. Da ist dann alles wunderbar fest. Keine Angst davor, das wird fest. Ich habe es hier nur etwas zu früh angeschnitten. Ich probiere aber auch jetzt gleich mal was. Der Apfel hier ist wirklich butterweich. Ihr seht schon, wie ich da durchkomme. Der Pudding mit den Mandeln jetzt hier macht sich auch super. Und die Füllung von den Äpfeln ist natürlich auch echt gut. Man kann sich wirklich hier so schön langsam durch den Kuchen essen und freut sich immer wieder auf eine andere Zutat. Das war es jetzt dann aber auch schon von meinem Apfelkuchen. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen und das war mal wieder ein anderer Apfelkuchen. Vielleicht konnte ich euch inspirieren, das mal nachzumachen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß dabei. Wer möchte, kann natürlich gerne noch ein Abo oder einen Daumen da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal.